Wenigermaßen easy Yep Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von NSMBU Auch heute hier mit unserem Grabber Da wir hier im letzten Part Ja die zwei Sternmünzen nicht gefunden haben Und ich auch nochmal wirklich geguckt habe Wo die sind und keinen blassen Schimmer hatte Machen wir heute mal in diesem Level weiter Gemalt von Geisterhand Und hoffentlich sind wir heute nicht so failhaft Wie das letzte Mal Leute Das war wirklich Letztes Mal war krasse Fails Die krassesten Fails am Start Okay ist ganz gut für den Start Okay gut gut Ich hatte das Spiel jetzt auch saulang schon nicht mehr gespielt Wenn ich ehrlich bin Deshalb könnten heute Kann ich Fails heute nicht ausschalten Also kann ich nicht garantieren Dass es heute nur Ein normaler Ein normaler Part wird Ich bin irgendwie Hatte ich das noch in Erinnerung Von vor langer Zeit Und Jawohl Scheiß drauf Starcoin Starcoin Krass Wie mit unserem Dialekt wieder Starcoin Nummer 1 Naja wenigstens weiß ich jetzt noch etwa Wo das ist Schade Wow Im Moment läuft's Wenn ich von diesem Doofen Geist getroffen Ups Ja Jawohl Sehr gut Und da haben wir sogar die Hälfte Und zwei Starcoins schon Kein Akzent Oh Äh Ich glaube Ich weiß wie das geht Ich glaube da muss man einfach drüber rennen Gib mir einen Moment Dann gucke ich mal kurz Ob das Rüber rennen war Oder Ah Äh Für das da Alles klar Ich muss mich kurz ein bisschen anders hinsetzen So Oh Bitte gib mir ein Item Ja dankeschön Wow Alter Oh shit Was war das denn Einfach Oh Sehr schön Scheiß da drauf Oder wisst ihr was Nö Der Geist soll mal kurz hierher Genauso So nicht Definitiv So nicht Naja besser als nix Und ich riskiere nachher nochmal dieses Level Damit war oben Was wir das letzte mal so richtig schön Abgelust sind Vielleicht erinnert ihr euch noch Warum mache jetzt sogar einer der biggest noobs war In Ich wollte gerade sagen in minecraft Geil Ja ich bin minecraft noob wisst ihr Ich bin voll der noob im pvp Ich bin ja voll der pvp Ne 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 Spaß Ich bin kein pvp noob Ich bin gut im pvp Keine angeberei Aber es ist so So Oh sehr gut Sehr gut Sehr gut Besser als nix Besser als nix Und jetzt gehen wir hier einfach nur noch zu Ende Sehr gut Ach komm wisst ihr was Ich scheiß da jetzt drauf Und da haben wir noch das 97. Leben Jawoll Ich denke den Part werden wir heute auch mal länger machen Da wir ja letzten Part so richtig abgelust sind Und Ein Level mit nur einer Starcoin gemacht haben Und jetzt haben wir hier direkt mal drei Alles klar Gibt's hier Irgendwie Exit Chillt mal Wie kann man das nochmal gucken K2111 Hä Hä Was ist die was wir versuchen das jetzt nochmal Ich weiß nicht mehr Was da was war Das ist genau das Problem Aber dieses Mal bin ich mal gucken Auf der Hut nach verstecken Letztes Mal war ich irgendwie auch Vielleicht genervt Oder sogar Ich weiß nicht was letztes Mal los war Wie so sieht Habe ich da unten direkt schon was Ja Das nennt sich den Starcoin Dieses Mal die erste Sehr gut Wenigstens besser als nix Vielleicht finden wir auch in den Secret Exit Oh Junge Rein hier Oh sehr gut Bitte gib mir was Bitte gib mir was Die beide Selbstschwarriken Sehr schön So die sollen jetzt einfach nur weg Ich kann damit halt kein großes Licht machen Das ist scheiße schwer so Ihr glaubt das mir bestimmt auch Hier ist so ein Scheißteil Was Nice Vielleicht ist da oben ja ein Starcoin Guter Reflex Nein Nein hier ist nix mehr Okay gut Muss auch immer mal hier an diesem Teil Die Maus berühren Damit euer Alex Dunkel wird oder so Damit ihr auch wie immer schön Helle Aufnahmen habt Oh Das war gerade Was ist erst jetzt die Mitte Okay Das heißt wir haben noch Einen großen Teil vor uns Krasse Das Ding Wir sind noch in Power Up Alter Krass Die war's Gönnung muss heute auch mal sein Oh shit Das war gerade mal die Scheiß Lampenfisch Ey Hilfe Ja Und da ist sogar noch was Und ich werde das jetzt der Exit Was wir machen Das noch mal kurz so Dann haben wir nämlich die 99 Nice Jawohl Und da haben wir sogar den Secret Exit Sehr schön Der müsste eigentlich sogar Hoffentlich Weiterführen Nach unten Ist auf der anderen Seite auch ein Exit Sieht zumindest so aus Ja Wenn ich hier mal kurz mit der Maus hier hingehe Seht ihr hier einen Weg Naja jetzt müssen wir ja nicht mehr Drauf achten Und irgendwie geht die Quali gerade nicht Einen Moment Ich pausiere mal kurz Und da ist geht weiter Habe ich nur kurz verändert hier Und jetzt gucken mal Dass auch hier noch Den Secret Exit Nämlich ist es ja ein Let's Play Für 100% Es ist für kurze Zeit Ein bisschen schlechte Qualität Sorry So mit kleinem Rauschen Und so Denk ich denke Das ist in euch liegt Nein, nein, nein So Sag jetzt ja nicht Hier ist der Exit Wow Schon wieder nice In Russian Hier Jetzt geht die Quali auch schon einigermaßen wieder Sehr schön Nope Kein Plan Zwecken wir hier durch Ja Das ist nun ab Das ist ja auch nur wieder Die Wasserleiter bleiben so jetzt stehen Um diesen Geist abzulenken Hier ist also auch nix Nice Soll ich es jetzt nicht finden Okay Dann nice aim Und jetzt finden wir hier sogar einen Eichelpilz Und sie wollen, dass ich hier hingehe So höchstwahrscheinlich Diesem Secret Exit hier Jawohl Und da haben wir den zweiten Exit Dies way Und da wir heute einfach etwas länger das machen wollen Machen wir jetzt einfach noch Einmal holen wir uns kurz den Eichelpilz Ich seh, ich meine noch dieses Level da rum Dieses asoziale Ding da Oh nee, Leute Das Ding hier Aber ich hab heute wahrscheinlich schon einen besseren Tag erwischt Und hoffen wir mal, dass wir das auch heute deshalb auch besser hinbekommen Genau, das war genau dieser Start Dieser lustige Start bisher Ja Jawohl Geht schön kurz ein bisschen mit diesem Schön auf diesem Block Und wollen Wow Okay, dieses Level muss nicht gleich direkt übertreiben Brauche ich nicht Nice, wir sind schon so weit Oh nee, oder Ist ja auch noch einigermaßen easy Yep Schnell Jawohl Jetzt läuft's Halt Jawohl Hoch, 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 hoch Sehr gut Ja Und was ist das mit die Stritte Die Stritte, jawohl Jawohl Und da haben wir das Level auch completed Im First Try heute mal Ja okay Leute Heute haben wir einen besseren Tag erwischt Definitiv Und wir nehmen auf Sorry 14 Minuten Und damit haben wir direkt das nächste Level auch schon erledigt Ganz gut jetzt Und wir speichern Das war jetzt auf jeden Fall mal wieder besser Also das ist gut so Meinetwegen kann es die ganze Zeit so laufen Wie läuft es eigentlich so Menü Sternmünzen Geisterhaus Haben wir doch Oh Haben wir sonst alles Ja, haben wir Dann gucken wir, dass wir heute auch nochmal in diesem Labyrinth alles hinbekommen Lichtlos Lichtlos Labyrinth Also wie geil Okay Sehr schön Aha Da oben hoffentlich ist eine Tür Wie soll er uns Darkoin bringen bitte So macht man das heute so Wow Ich spamm gerade mein Gamepad hier ein bisschen voll Starcoin Das ist ja auch kein Starcoin oder was ist hier los Leute Neue Bemerkung für mich Wir pausieren Und ich zeige euch gleich wo die Starcoins sind Okay Darauf muss man erstmal kommen Und jetzt stecke ich hier fest Weiter mit Starcoin Nummer 2 Genau hier War die zweite Starcoin Habe ich jetzt vergessen aufzunehmen Aber ich habe es euch jetzt hier wenigstens gezeigt Und dann geht es jetzt mal weiter Zur dritten Starcoin Und ich weiß gerade nicht wieso ich vorhin drei Sekunden oder so aufgenommen habe Sorry dafür Krass Was ich gerade entdeckt habe Leute Zieht euch mal rein Wir sind jetzt hier Dann kommt hier was Und dann kommt hier was Und hier ist die Starcoin Und da unten ist dann ja im Übrigen auch noch der Secret Exit Den wir ja auch schon einmal erkundet haben Wo ist die Maus? Hier Gut Dann haben wir das jetzt auf jeden Fall mal gemacht Sehr gut Und wir nehmen auf Wie lange nehmen wir auf? 18 Minuten 16 Gut Ich würde sagen Ein Level als Zugabe noch Und dann reicht das für heute So hier ist nochmal noch ein Tothaus Scheiß drauf Die machen wir alle Ich liebe dieses Theme Nein oder sehr gut dafür kriegen wir das toll damit das wie die sterne 3 geiste soweit ich weiß war anders das level ist jetzt schon meiner meinung nach einfacher ja geht so ich soll mal kurz hier her genau so hab ich mir das jetzt vorgestellt dann kommen wir so und locken wir die so und dann sind sie weg sehr gut das inventar ist jetzt voll und wir gehen jetzt hier rein und machen hier merke ich mir wo Bowser ist zwei Pilze achten ich hab voll gelohnt das hat sich echt gelohnt kannst du von dir flüchten oder so shit so 800.000 2.000 4.000 8.000 und da haben wir es gut so das machen wir heute mein special part raus würde ich sagen ne ok wir haben genug sterne jetzt also können wir ruhig mal auf einen verzichten und dann geht es jetzt mal runter 6 und das hier ist 7 also gehen wir erst in 6 nein ich wollte das level jetzt machen es geht zur neige hoffentlich ist es so ein einfaches wo man wirklich nicht wo ich nicht viel machen muss wo dann sein das ist auch wirklich ein einfaches versteck wenn das ist wenn das ein Starcoin ist lache ich irgendwie ok es ist aber schon scheiße schwer alles klar alles klar alles klar alles klar ne Leute wisst ihr was ich verzichte jetzt heute auf dieses level Zwischen speichern ja wir wollen und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschauen mit 23 minuten und 10 sekunden bis zum nächsten mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020